Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch eine Art besonderes Fashion Video, denn es ist eine Kooperationsarbeit mit einer super hübschen, tollen YouTuberin namens Cinderella & Alice. Wir beide haben uns überlegt, für euch eine 40 Euro Fashion Challenge zu machen, also eine Outfit Challenge, in dem wir uns auf die Probe gestellt haben, denn schafft man das eigentlich 40 Euro für ein gesamtes Outfit? Ihr müsst euch das mal wirklich durch den Kopf gehen lassen. Ich muss zugeben, sowas wie Primark gibt es hier nicht in meiner Nähe. Da hätte ich sagen können, boah, das schaffe ich locker, aber ich habe sowas wie H&M, Ich habe was wie Pimki, Zara und all diese anderen Läden, wo man natürlich dann mehr oder weniger eher im Sale-Bereich mal um die Ecke schauen sollte. Und ehrlich gesagt habe ich das auch getan. Bevor ich aber jetzt ganz detailliert auf die Sachen eingehe, möchte ich euch natürlich darauf hinweisen, weil es ja eine Kooperationsarbeit ist mit der lieben YouTuberin, schaut einfach bei ihr vorbei. Ich setze den Kanal natürlich von ihr unten in die Infobox. Ihr findet aber auch die Verlinkung zu ihrer 40 Euro Outfit Challenge am Ende meiner Endcard, aber auch nochmal verlinkt unten in meiner Infobox. Und ich wünsche euch dabei jetzt viel Spaß, ob ich voll ins Fettnäpfchen getreten bin oder ob ich es doch noch geschafft habe, für 40 Euro ein gesamtes Outfit herzustellen. Hier sind die beiden Tüten. In diesen beiden Geschäften habe ich eingekauft. Es gibt nur ein einziges Geschäft, was sich zwar hier in der Tüte drin befindet, aber wo ich jetzt keine Extra-Tüte mehr habe. Im Grunde genommen waren Deichmann und H&M die Fashion- und Accessoire-Läden, wo ich mein Glück versucht habe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so Schönes oder vielleicht auch nicht Schönes gefunden habe. Bevor ich euch jetzt zeige, was ich so Schönes gekauft habe, muss ich euch noch sagen, dass ich mich für den Alltagsbereich entschieden habe. Die liebe Cinderella & Alice macht eher so ein abendliches Outfit und ich zeige euch ein sommerliches Alltagsoutfit, was man zum Beispiel gut zum Shoppen anziehen könnte. Man könnte es aber auch zum Besuch in der Eisdiele mit Freundinnen anziehen oder bei einem Picknick-Ausflug mit seinem Schatzi. Also euch sind keine Grenzen gelassen. Ich habe mich für ein wunderschönes Sale-Kleid entschieden, denn H&M hat wieder ganz viele Sale-Sachen. Es ist nämlich Sommer-Sale bei uns. Deswegen könnte es sein, dass ihr auch noch Glück habt, wenn euch dieses Kleid hier interessiert, was ich so langsam euch schon präsentiere. Es ist nämlich sehr schön. Ich habe dafür jetzt 15 Euro bezahlt. Es ist von 30 Euro runtergesetzt gewesen. Ich habe das Preisschild noch hier. Da ist es, der rote Button. 15 Euro für dieses Kleid kann ich wirklich überhaupt nichts gegen sagen. Es hat so schöne Details hier oben am Kragen. Hat zwar einen etwas weiteren Ausschnitt, man kann ihn aber noch ein bisschen zusammenraffen, wenn man möchte oder zusammennähen, eher gesagt. Ansonsten finde ich es sehr schön, dass es noch einen rot-goldenen Gürtel hat. Das heißt, es teilt nochmal deine Taille ab. Du hast hier etwas Luftiges, was so einmal rundherum geht bis hinten hin und hier unten an sich fällt es auch sehr, 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 sehr locker. Also ein richtiges, sommerliches, luftiges Kleid. Von daher dachte ich mir, baue ich da drauf auf und hoffe, dass euch die weiteren Sachen zu diesem Outfit auch gefallen werden. Entschuldigt erstmal, ich habe nämlich diesen, ich habe nämlich meinen Hintergrund geändert. Ich musste ihn ändern. Meine Softbox hat den Geist aufgegeben. Sie hat schon des Öfteren jetzt Wackelkontakt gehabt und jetzt ist sie völlig hinübergegangen während des Films. Ich könnte abkotzen. Deswegen versuche ich jetzt noch mit dem Rest des Sonnenlichtes, also die Sonne geht gerade bei uns unter, noch so ein bisschen was einzufangen, damit ihr noch einigermaßen vernünftiges Licht bekommt für dieses Video. Ansonsten kriege ich hier die Krise. Aber wie gesagt, entschuldigt bitte. Weiter mache ich jetzt mit den Ohrringen, denn auch im H&M-Bereich gab es nicht nur im Fashion-Bereich Sale, sondern auch im Accessoire-Bereich Sale. Und ich habe Ohrringe gekauft für 1 Euro. Das sind so ganz süße Kreolen. Das sind einmal so kleinere und einmal größere. Ja. Habe aber leider nur noch einen, weil wir beim Film leider ein Ohrring verloren haben. Aber ich denke mal, für 1 Euro ist es jetzt nicht ganz so dramatisch. Davon mal ab. Ich habe ja noch ein paar. Auf jeden Fall dachte ich, passen Kreolen auf jeden Fall perfekt zu diesem Kleid. In einem No-Name-Laden habe ich diese süßen Armreifen entdeckt. Für 2,20 Euro. Ich blende euch das auch nochmal ein, weil ich habe nämlich schon das Schild abgemacht. Aber 2,20 Euro waren auch runtergesetzt, auch im Sale-Bereich. Das sind pink, rosa, rote, tolle, ja, ledergeflochtene Armreifen mit Gold-Optik. Natürlich kein echtes Gold, ne? Also Modeschmuck. Aber 2,20 Euro, dafür kann man eigentlich, also da kann man nichts verkehrt machen. Deswegen dachte ich mir, passen die auch perfekt zu diesem Outfit. Für 1,50 Euro habe ich dieses Dreier-Set ergattern können. Auch wieder in diesem selben No-Name-Laden, auch im Sale-Bereich. Und ich finde, die Farbe ist einfach passend. Ich habe jetzt diesen großen Ring nicht getragen, weil ich muss sagen, im Sale-Bereich findet man leider nicht mehr seine richtige Größe. Also nicht immer seine richtige Größe. Und weil ich sehr schmale Finger habe, sind mir diese Ringe ein bisschen zu groß. Der ein bisschen mehr als die anderen beiden. Deswegen habe ich den abgelassen und habe dann fürs Outfit diese beiden Ringe benutzt. Und finde sie auch wunderwunderschön für den Preis. Kommen wir jetzt zu unserer Deichmann-Tüte. Da befinden sich jetzt die Schuhe und noch eine schicke, passende Tasche. Und die möchte ich euch natürlich jetzt auch nicht vorenthalten. Ich packe es mal aus. Hier sind meine schicken Schuhe noch verpackt. Ich zeige sie euch sofort. Aber ich wollte nur kurz darauf hinweisen, lasst euch nicht täuschen von dem Preis. Denn die Schuhe sind auch runtergesetzt worden. Von einmal von 19,90 Euro auf 12,90 Euro. Und letztendlich habe ich für diese Schuhe 9,90 Euro bezahlt statt 12,90 Euro. Und ich kann euch sagen, die gibt es auch momentan noch. Also ich habe ja wie gesagt versucht, alles so mehr oder weniger im jetzigen Sale-Bereich zu kaufen. Und ich drücke euch die Daumen, dass, wenn es euch interessiert, dass ihr die noch ergattern könnt. Auf jeden Fall kosten sie wirklich nur 9,90 Euro. Es sind sehr, sehr schöne, offene Schuhe. Es ist kein Rotton. Nein. Aber sie haben eine Besonderheit. Es sind nämlich solche mit Keilabsatz. Und die sind auch noch mit so einem wunderschönen Keilabsatz. Ich mag diese Art Schuhe total. Sie sind kariert mit etwa ein bisschen so einem leichten Hellrot, Blau und Weiß. Das finde ich passt trotz alledem, obwohl das Kleid sehr rot ist, sehr gut zu dem Kleid. Sie sind nicht zu hoch, dass man gut auf den Schuhen laufen kann. Ich persönlich hätte eher fast zu flacheren Schuhen tendiert. Aber irgendwie haben es die mir voll angetan. Und für 9,90 Euro musste ich einfach zuschlagen. Das ist die schicke Tasche. Und wie man vielleicht sehen kann, enthält diese Tasche so kleine Pailletten. Das kommt super, super schön im Sonnenschein zum Vorschein. Und wenn man genauer hinguckt, enthält diese Tasche genau dieselben Farben wie die Schuhe. Nämlich dieses leichte Rot, das Blau und das Weiß. Und das hat mir einfach den Anreiz gegeben, dass ich diese Tasche als die perfekte Tasche für dieses Outfit sehe. Als perfekte Tasche sehe, weil es einfach wieder mit den Schuhen harmoniert. Es hat auch den roten Touch. Und hier vorne an der Schnalle ist es auch nochmal mit dem roten Touch. Und es ist eine schöne Tasche mit einem langen Henkel. Und ich mag solche kleineren Taschen mit einem langen Henkel, die ich mir einfach so umhängen kann, auf die Schulter hängen kann. 6,95 Euro habe ich dafür bezahlt. Die war runtergesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer sie war. Aber das ist das Schild. 6,95 Euro habe ich für diese coole Tasche bezahlt. So, wenn ihr rechnen könnt und alles mal zusammengerechnet habt, dann kommen wir auf einen Preis von... 36,55 Euro. Bedeutet, ich habe meine 40 Euro angehalten. Ja, habe ich niemals mitgerechnet, dass ich das schaffe. Wirklich nicht, ne? Aber ich hätte sogar noch eine Sonnenbrille kaufen können. Die hätte ich auch noch im Sale-Bereich kriegen können, wenn ich wollte. Aber habe ich jetzt nicht. Egal. Dafür habe ich genug Sachen für diesen Preis bekommen. Und bin sehr, 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 sehr stolz. Ich bin ja ein Fuchs, ne? Jetzt habe ich euch die Sachen einzeln gezeigt. Ja, aber ihr wisst ja überhaupt nicht, wie sieht es eigentlich kombiniert aus. Ich zeige euch das nämlich jetzt, weil ich es zusammengeschnitten habe für euch. Ihr dürft euch jetzt es euch gemütlich machen, euch zurücklehnen und euch das komplette Outfit mal anschauen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. 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 Hinterlasst mir doch einfach mal einen Kommentar, wie euch dieses Outfit gefallen hat. Vielleicht ist es nicht jedermanns Sache. Das weiß ich, aber ihr müsst mal bedenken, 40 Euro für ein komplettes Outfit, so viele Sachen zusammen zu bekommen, das ist schon eine schwierige Aufgabe und dann muss man alles zusammenfassen und die auch selber noch gefallen. Aber ich finde, so schlecht habe ich das gar nicht gemacht und ich hoffe, dass ihr ein bisschen stolz auf mich seid, dass ich das so eingehalten habe mit meinem Budget. Und jetzt sage ich einfach, schaut hier unten vorbei, denn hier kommt ihr jetzt zu dem Video von Cinderella & Alice. Schaut euch ihr Outfit mal an und ich verlinke euch auf dieser Seite nochmal das Video vom letzten Mal. Da dürft ihr natürlich, wenn ihr wollt, gerne noch vorbeischauen. Und ansonsten sehen wir uns in vier Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Alles, alles Liebe. Mua! Segen Kuss! Bye, bye!